willkommen zurück zur weiteren folge mein gott wir sind hier in folge 481 und wir haben in der letzten folge die redstone strecke gebaut und jetzt werden wir die testen wir haben 38 das heißt wir schmeißen jetzt einfach mal so aus bars wo müssen wir hin da müssen wir doch hin so richtig schmeißen wir hier mal zehn items rein und zwar ist die frage nur welche 10 8 9 10 können wir jetzt einmal oben gucken ob das ganze funktioniert 48 48 48 48 48 jetzt haben wir 48 jetzt muss ich mir schon wieder merken was ich hier 48 das heißt wir müssten jetzt 58 haben gleich wenn ich dahin komme 58 müssten wir haben das passt ja perfekt gut das heißt wir können jetzt einfach einmal sagen so wir schmeißen jetzt unser zeug sie rein so alles da rein genau das eisen auch das rotstein auch und das auch und das auch und das auch und das war's die anderen tun wir später da rein weil wir müssen jetzt nämlich die alte strecke noch ein bisschen abbauen die alte strecke muss nämlich auch weg und hier die sagen können wir auch dann demnächst hier reinschmeißen können auch schon mal mitnehmen hier ist bestimmt auch nix mehr drin hoch hallo nein schon auf das richtige tool dankeschön die sachen nehmen wir uns gleich mit wir holen uns jetzt erst einmal die redstone strecke genau die sachen müssten auch noch schmelzen tun tun und machen so warte mal wo war denn die alte strecke ging hier lang wollen wir auch schon mal ganz zurückverfolgen dass wir die wenigsten schon mal ganz mitnehmen da können auch gerade mal hier so fackeln setzen so genau dass wir hier ein bisschen was nicht machen gut genau so hier ist nämlich jetzt unsere quasi neue strecke und das war's das können wir mitnehmen was haben wir denn eigentlich so schön das hier haben wir noch ein paar steine die wir zum handeln nehmen wollten aber die sind halt schon gezählt ne ja ich glaube die steine die schmeißen wir einfach mal tatsächlich in unseren ins lager direkt rein ich glaubt weil wir haben nämlich noch ein bisschen platz für steine steine waren hier ne genau steine waren hier was haben wir denn einen platz für steine ja also eigentlich ein bisschen mehr platz für stone bricks da ne dann machen wir einfach ein paar stone bricks mehr ich mein gezählt sind wir ja schon so an sich genau da kann nämlich da einmal das ganze so durchlaufen perfekt perfekt das heißt wir müssen jetzt eigentlich nur noch hier gucken was hier so abgeht und was wir hier noch drin haben und einsortiert haben wollen weil hier haben wir nämlich noch ein bisschen blackstone hier haben wir noch ein bisschen blackstone haben wir cap noch nicht einsortiert ich dachte wir hätten das schon lange einsortiert polished blackstone so warte mal wir machen das so wir tun jetzt hier mal rein was haben wir kriegt polished das heißt wir fangen mit dem polished an schmeißen hier mal 32 rein 48 ja und die einfach mal da rein dann kommt die schüsselt ane stopp nicht da rein sondern da bei mir jetzt haben wir die da reingetan ne die polish genau polish kommt da rein und dann kommt die da rein und da kommen die kommt da rein so jetzt müssen wir nämlich noch mal kurz darauf achten der kommt nämlich da raus genau und dann kommt die die äh die cracked sind doch hier das hier ne ne das ist ne polished gewesen das ist ne polished gewesen so und dann kommt die da noch hier rein jetzt haben wir die cracked genau dann haben wir die schüsselt dann haben wir schüsselt und dann haben wir hier die polished polished und die normalen genau das heißt wir hätten schon mal ein blackstone so ein bisschen mehr einsortiert dann als nächstes haben wir also wir haben die ganzen schalker kisten können wir auch schon mal alle rausnehmen hier sind noch irgendwo ganz viele andere noch mehr genau haben wir noch eine kiste ne wir haben eine kiste aber eine kiste da können wir schon mal alle schalker kisten rein und wohl schalker kisten haben wir auch ein paar zu viele also zu viele nicht aber genügend auf jeden fall blumen ja müssen wir mal überlegen ob wir die noch einsortieren papier habe ich papier nicht einsortiert papier und zwar hier bei diesem grün zeugs gedöse ist das müsste dann da hinten sein ne hier doch papier habe ich doch einsortiert ne ich habe kein papier einsortiert das heißt wir machen das einfach mal so neben den mal dahin hey hier mal ein bisschen eigenwerbung dir gefällt das video dann lass doch einfach eine positive bewertung da unter dem video oder kannst auch gerade kommentar schreiben oder wenn dir der ganze kanal gefällt dann lass doch einfach ein abo das ist gar nicht schwer du musst einfach nur runterscrollen und auf abonnieren drücken und dann kannst du alle videos von mir angucken und verpasst keins mehr jedes mal wenn ich ein neues video auflade bekommst du eine kleine mitteilung und dann kannst du dich schon mal gespannt an die folge setzen Dankeschön Schmeißen die kakaobohnen hier hin und dann müsste genau papier papier da reinkommen genau und dann können wir die hier oben rein holen und dann müsste ah ne das gehen ja jetzt noch da oben rein genau also eigentlich müssten wir jetzt die kaufdinger müssten eigentlich noch da rein ja bevor wir das abreißen warten wir nochmal ein bisschen und sortieren noch ein bisschen mehr ein dann müssen wir eigentlich mal so eine kiste machen wo wir so fleischsachen rein tun die wir noch braten müssen hier das müssen wir noch braten die müssen wir noch braten die müssen wir noch braten parafisch können wir glaube ich nicht braten die tropikel fisch glaube ich sogar auch gar nicht ah kelb habe ich kelb nicht einsortiert kelb müsste doch einsortiert sein haben wir echt nicht naja das ist doch nicht so schlimm dann haben wir das jetzt gemacht gut dass wir eben noch nicht die ganzen anderen kelb blöcke da rein getan haben mir ist noch tropikel fisch und dann war es das an essen ich sehe zumindest gerade nichts die glowberries ja aber nein und hier sind auch noch ein paar so an hier so ein crossbow mit haltbarkeit 3 ja wenn ich den brauche weiß ich noch nicht aber hier so redstone sachen können wir auch schon mal alle rausnehmen hier die ganzen die 3 stone sind dadurch habe ich die irgendwie falsch einsortiert ne eigentlich nicht ne also die anderen redstone sachen müssen wir auch noch haben auf jeden fall nehmen wir den noch mit der dispenser kommt noch mit die kommen noch mit und hier müsste dann ja auch noch ein bisschen mehr sein das ist noch mein kart die lassen wir nochmal da die sachen nehmen wir mit und ja hier noch die rotsteine diese sachen alle ja tropfen wir auch gerne mit schmeißen wir alles noch hier rüber alles da rüber genau ja nochmal ein bisschen rettung guck mal da ist die kiste schon voll ui 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 guck mal dann haben wir auch die da drin dann können wir auch gerade die call drin hier mit reinpacken und bei den anderen sachen hier ist noch raw beef das beeft sich selbst irgendwie so alleine ne und dann müssen wir hier bei den anderen sachen halt tatsächlich gucken hier ist noch ein stecktrichter aber die können wir jetzt gar nicht reinpacken das passt ja gar nicht tun wir die mal hier mit bei die blätter ist halt die frage ob man die kompostieren kann wenn ja dann kompostieren wir die dann sind sie nämlich weg und wenn nicht dann halt leider nicht und den rest müssen wir uns mal irgendwann später entscheiden war das das einzige mit black ne hier ist auch noch black konkret nein nicht mein essen nicht mein essen das ist genau dann haben wir hier schon mal black konkret müssen wir auch gucken was wir machen hier schon mal ein paar bude und polischt warte mal polischt die müssten doch hier irgendwo sein ne polischt müssen das sein ja polischt ist das so dann tun wir die auch gerade da rein Punkt 22 genau da kommt auch was durch da kommt auch was durch hier ist noch ein bisschen fleisch zum braten sehr schön da wird doch schon mal ganz gut was sortiert peckt eis haben wir nicht eis haben wir grundsätzlich doch gar nicht ist die frage ob wir es brauchen auf jeden fall nicht jetzt wir sehen uns in der nächste folge wird's gefallen dann lass noch positive bewertungen da oder ein abo und bis dennne tschau leider